Jo, meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Tutorial im Spiel Landwirtschaft Simulator 2015. Viele von euch wollten, dass ich dem Funkstreifenwagen, der am 1. Juni zum Download kommt, mehr LEDs verpasse. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier den Mod komplett entpackt, also in einen neuen Ordner. Dann drückt ihr einfach hier auf die i3d, das geht natürlich bei jedem Mod. Sollte irgendein Mod schon Blaulichter oder so installiert haben, dann geht das natürlich. So, wie das jetzt hier geht, seht ihr jetzt. Also ihr zoomt ein bisschen hier dran. Hier seht ihr dann die LEDs. Und drückt dann hier auf SkinGraph. Also ihr braucht natürlich den Giants Editor, die neue Version. Dann müsst ihr halt immer gucken, wo das Blaulicht ist. Meistens befindet es sich in dem Ordner Beleuchtung. Und dann steht hier meistens schon Blaulicht. So, jetzt haben wir hier Blaulicht. Das können wir hier so verschieben. Dann ist es natürlich weg. So, dann öffnen wir das mal. Und hier steht dann jetzt links. Außer dann die Blaulichter hier vorne links. Und dann gibt es natürlich noch rechts. So, als erstes würde ich sagen, machen wir mal bei links die Blaulichter. So, wir schauen mal kurz, dass da noch alles passt. Wir müssen mal die Kameraeinstellung eben ein bisschen verändern. So, dann gehen wir hier ein bisschen näher dran. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die Größe verändern. 0,5 mache ich jetzt bei jedem Wert. So, das passt dann ungefähr auf die LED-Größe hier. Wir könnten es theoretisch noch ein kleines bisschen kleiner machen. Aber so sollte das ja eigentlich reichen. So, dann drücken wir STRG-D. Dann duplizieren wir das. So, dann drücken wir nochmal STRG-D. Ziehen das dann hier vorne hin. Dann klicke ich hier oben nochmal auf STRG-D. So haben wir dann hier vorne vier Blitzer. So, dasselbe Spiel machen wir dann hier vorne. Auf dieser Seite. Dann gucken wir mal auch, dass wir das richtige LED bekommen. Ne, das ist von vorne. Ja, der ist es genau. Den machen wir auch auf 0,5 jeweils. Also wir halbieren das Teil. So, versuchen das wieder richtig hinzusetzen. So, okay. Das duplizieren wir dann auch. Und schieben hier auch noch ein LED runter. Und duplizieren dieses ebenfalls. So, dann haben wir hier schon mal acht LEDs statt den, ja, zweien. Die sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, finde ich. Das können wir uns gleich auch mal angucken, wie das im Spiel dann aussieht. So. Okay. Das machen wir jetzt auf den anderen Seiten auch noch so. Da würde ich sagen, dass es manchmal kurz im, ja, Zeitraffer war, weil sonst dauert das ein bisschen lang, das Video. So, die erste Seite ist fertig. Jetzt machen wir noch eben die rechte Seite. Und dann sehen wir uns gleich schon wieder. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir alle LEDs angepasst. Jetzt sind auf jeder Seite, ja, vier, vier LEDs. Und vorne sind dann auch nochmal vier LEDs. Also 16 LEDs pro Seite. Also hier vorne haben wir dann vier oben. Vier unten. Das sind dann schon mal acht. Und hinten auch nochmal acht. Also 16 LEDs pro Seite. Viele haben sich noch Frontblitzer gewünscht. Dazu kann ich nochmal ein extra Tutorial machen, wie ihr die hinterher anpassen könnt. Weil das ist jetzt ein NRW-Streifenwagen und die haben keine Frontblitzer. Die haben jetzt nur da oben die, ja, den Blaulichtbalken und keine Frontblitzer. Aber wenn das gewünscht ist, kann ich das gerne mal zeigen, wie ihr hier noch Frontblitzer hinzufügen könnt. Dasselbe, was ich gerade gemacht habe, geht natürlich auch mit Heckblitzern. Das ist relativ einfach. Kann ich aber auch gerne in einem Videotutorial zeigen, wenn ihr das wollt. Und so sehen dann die LEDs ja im Spiel aus. Also sie sind schon relativ hell. Das ist so das hellste Blaulicht, was man so bekommen kann. Wir können mal eine kurze Farb damit machen. So, Blinker. Martizorn. So, dann machen wir nochmal das Martizorn an. Tasten uns langsam in die Kreuzung rein. Da vorne stehen die Kollegen vom Rettungsdienst. Ja, dann fahren wir mal kurz eine kleine Runde. Ah, wir haben vergessen, das Martizorn anzuschalten. Okay, so, nochmal einschalten, weil jetzt kommt ja eine rote Ampel. Langsam drüber tasten. Oh nein, Gott. Oh nein, Gott, alles klar. Es ist, glaube ich, zu spät. Das sollte, oh mein Gott, heißen. Was haben wir denn da Schönes? Ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Was meint ihr? Oh, jetzt haben wir wieder alles umgefahren, was man umfahren kann. Gut, dass die Schilder hier nicht kaputt gehen. Wir können es mal ausprobieren. Oh, nee, nee, die gehen nicht kaputt. Alles gut. Perfekt. Also, die Schilder gehen nicht kaputt. Und, oh. Da hatte ich vergessen zu bremsen. Ja, auf jeden Fall. Das war dann der schöne, schöne, schöne Polizeiwagen, ey. Am 1. Juni auf Mottasar zu finden. Ich hoffe, ihr werdet Spaß damit haben. Und schöne Bilder dazu posten. Dann schreibt es mal in die Kommentare und lasst mal einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.